Hey. Kennst du den? Woher? Vom Basketball. Ist doch gut, da kennst du schon mal jemanden. Ich komme oben vorbei. Ich paso noch hinauf. Ich paso noch hinauf. Egal. Du bist in, Passi. Du bist in, Passi. Du bist in, Passi. Scheiße. Du, Papa, so teuren Hunger habe ich gar nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Willst du auch ein Bier? Nein. Ja, ja, danke für den Rückruf. Genau. Ich muss natürlich wissen, welche dienstrechtlichen Konsequenzen das hat für mich. Jetzt? Ich bin ja gerade mit meinem Sohn. Ich bin am Kochen. Okay, ja, dann komme ich jetzt. Ja, bis gleich. Du? Hm? Ich muss doch mal los. Erst mal nachher, okay? Mhm. Alles gut bei dir, Jakob? Die habe ich abgehängt. Gut. Gut. Weißt du, Jakob, so Typen wie der Henry, ja, die sticheln so lange rum, bis du eine klare Ansage machst. Und wenn du dir nicht machst, dann glauben die, mit dem kann man es machen. Weißt du, verstehe mich nicht falsch. Henry hat ein Problem, nicht du. Weißt du was? Ich glaube, in zehn Jahren, da lachen wir beide über die Sache. Hä? Okay. Kann ich dich jetzt kurz alleine lassen? Ja, Papa. Mein...